Hi, ich bin Franz, ich bin 22 Jahre alt und ich mache eine Berufsausbildung zum Dachdecker. Ich lerne bei der Firma Wagner in Dresden, bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Als Dachdecker habt ihr viele Berührungspunkte mit allem möglichen, was den Bereich Dach betrifft. Ihr habt auch andere Berührungspunkte mit zum Beispiel dem Mauerwerksbau, der Zimmerei oder der Klempnerei. Allgemein auch, besser gesagt, die Dachklempnerei. Ihr habt Blockunterricht, also ihr geht auf eine Berufsschule, dort habt ihr Blockunterricht, immer zwei oder drei Wochen. Ihr habt eine überbetriebliche Ausbildung, die ist in Bad Schlema, nähe Aue. Dort fahrt ihr dann mit eurer Berufsschulklasse hin und macht dort quasi Intimarbeit an großen Modellen, praktische Arbeiten und lernt alles rund um den Beruf. Als Dachdecker habt ihr natürlich immer einen super Ausblick, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt. Gerade Dresden bietet da eine richtig coole Skyline. Wenn ihr mehr über den Beruf als zum Dachdecker wissen wollt, unter www.dachdecker-innung-dresden.de könnt ihr euch gerne informieren. Und letztendlich bleibt nur noch zu sagen, ihr werdet im Sommer einfach nur super braun, was ein richtig cooler Nebeneffekt ist. Und ja, viel Spaß bei der Berufsfindung.